So, was machen wir jetzt? Warte mal schnell, Cassandra. Ah, okay. Da war irgendwo das... Da. Whee! Richtig sicheren Fuß. Ja, ich hab's gewusst, ne? Ach, Cassandra. Schneller, 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 Cassandra. Wir müssen da hier sind. Unseren Daul müssen wir auch rufen. Hoppala. Auf wieder. Wir wissen, dass wir Spatana-Einnämmung. Spatana? Unser Volk. Unsere Rasse. So. Unentdeckter Anführer. Ja, wir müssen da vernichten, ne? So. Ah, runter müssen wir. Schnell, schnell, schnell. Hey, hey, hey. Wie gesagt, immer schön. Dingsluten nebenbei. Oi! Pferd tut leid mir. Au. Muss auch mal sein, ne? Cassandra. Die unbarmherzige. So. Ein Banditenlager? Warte mal. Ne, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir müssen direkt rein. Na, straight ahead. So, so. Die Arschgängen können so gar sein. So, zack. Hala. Den nimm ich noch mit. Keine Sorge. Das dauert nicht lang. Ja, geh weg dann mal. Hüah. Hüah. Tschüss. Ich muss nicht zu einer Schlacht. Sorry. Na, 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 na. Vielleicht kommt jetzt noch ein Kopfkentierger auch. Bei vier Stück. Ja. Boah. So, schneller, schneller. Können wir uns schon zum Pferd rufen? Okay. So. Whee. Entschuldige Pferd. Ach, nö. Warum rum? Ich mach kurzen Prozess mit dir. Mir will gar nichts von euch. Hinten. So, Cassandra. Bleib aber mal ruhig ein bisschen. Melde dich bei der Kontakt-Sahnenkriege. Ja, 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 ja. Ich bin ja ein bisschen Dings, ne? Ach, nö. Piss dich, ey. Geh zurück, Alter. Ach, nö. Geh zurück, Mann. Habt ihr euch beruhigt jetzt ein bisschen? Okay. Sind die noch immer animiert, oder? Darf ich jetzt ins Lager wieder, oder? Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Alter, weißt du was? Ich greife jetzt gleich an. Cassandra. Bitte. Reiß dich zusammen, Dindl. So. Nein, bleib so. Bleib so recht sein. Den haben wir jetzt nicht gerechnet, ne? Dass du hierherkommst, ne? Der ist ja teper. Das sind die zwei Söldner, Alter. Fickzäck, Alter. Ne, bin ich nicht. Mein Gott, na. Gott. Ja, anscheinend, ne? Gescheiß, die Wand an, Alter. Jetzt kommt ein tepperter Löwe auch noch. Ja, das haben wir verkackt, ordentlich verkackt, ne? Scheiß, die waren dann... Wir waren zu siegreich, ne? Aufs O.S. Das war der Preis, leider, ne? So. Gunstar. Wir sind jetzt da... Nimm uns so grantig auf... Gott sei Dank. Willst du dir im Feuer spartanischen Ruhms einen Namen schmieden? Ja, bitte. Wir brauchen mehr Kriege auf dem Schlachtfeld, wenn wir diese feigen Athena zurückschlagen wollen. Bitte. Ich kämpfe für Sparta. Mein Schwert und meine ganze Kraft gehören Sparta. Das höre ich gern. Möge Ares heute mit uns sein. So. Jetzt mischen wir auf wieder, ne? Dein Vater! Dein Vater! Dein Vater! Dein Vater! Ei, ei, ei! Hörst du mir ein bisschen, hörst du mir mal, Jungs? Fragst du mir an, Jungs? Röder! Hoppala! Der Samen, der reißt du, zusammen bitte! wo ist denn einer ah da ist er scheiße der falsche typ ich muss jetzt kurz druck ich kann mal ran da ... um deine Kampfkunst zu zeigen? Dann zeig mal, wie du dich gegen mich schlägst! Haltet sie auf! Scheiße! Hey, hey, hey! Scheiße, komm her! Scheiße, komm her! Scheiße, komm her da! Du musst exemplieren, ich denke, ich nehme mit mir. Scheiße, komm her! Ja, komm her! Scheiße, komm her! Komm her! Ja! 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 Ich habe die Schnauzen, Alter. Ich habe die Schnauzen, Alter. Ich habe die Schnauzen jetzt mal, Alter. So. Selten besiegt, Alter. Sagst du jetzt, Alter? Alter, greife ein, ich bin doch nicht das tapfere Schneiderlein, Alter. Tschüss, ich muss weg, ich muss sie doch gar nicht. So. So. Du mit Zige. So. Okay. So. Okay. So. Okay. So. 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 Scheiße, voll schon drücken. Nein, 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 nein. Er ist bestreppet, oder? So, der nächste ist da hinten. Wir haben den nächsten auch schon gesehen. Scheiße! Hör auf, hey, Kassandra. Kannst du drinnen auf den Typen da? Stich zu, verdammte Scheiße! Boah, Kassandra, du bist jetzt echt stressig, Scheiße, drauf, Alter! Ich bin enttäuscht mit dir. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Oh ja. Oh ja. Gott, der Tag. Wir haben nicht mehr die Scheiße, weil wir kann man die freikaufen mit der Eusein, die Scheiße. Das ist zu stressig. ganz seltener Scheiße. Söldnerin. Jo. Dir gehört mein Schwert, Spartia. So, nochmal. Boah. Schick die Atene in den Hades! Schick die Atene in den Hades! Ja, geht weiter. Schick die Atene in den Hades! Wird ihr auf, Alter. Hör auf! Hör auf! Ist ja gut! Das ist schon gut! Ja, der Treff-Ein, Alter. Das ist ja ein bisschen Infi, ne? So. Ja, komm her, das hat ja nicht ein scheiß Schild da. Ja, ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich muss weg. So, nächster Kandidat, bitte. Ah, hab ich schon gesehen. Verdammt, ich hab jetzt das Schwert gehabt und die ganze Zeit... Okay, dann ist klar, ne? Es geht ja viel besser, das Ding mit der Speer. Na komm her, Alter. Falscher Typ, aber kein Sonderkass. Falscher Typ. Malaka. Scheiße, ich kann... Was ist mit dir? Hast du viel Spanat gefressen oder was? Malaka. Burschen hilft es mir mal ein bisschen, ne? Das wäre echt super. Gesandtra! Das war ja noch mehr scheißiger als vorher. So. Ei, 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 ei. Der Ärger und Frust gehört auch dazu mal, ne? Ja, Kopfgeld. Ja, verpisst euch, oder? Hopp, hopp. Die Batterie. OKW. Ja, ja. Das ist wieder richtig eine Zagipartie, ne? Ein schlechter Tag, Martin. Ein Chlorreißer für Sparta. Ja. Ja. Das ist ein Scherz, oder? Aber... Oh, malaka! Get with her! So! Ich werde derjenige sein, der dich verledigt. Scheiße, wie ist der zum Wochenende? Verpisst dich. Die Menschen werden meine Taten besingen, wenn ich dich töte. Oida, was ist mit dir, oida? Ich bringe ihm daneben, oida. Geh scheiße. Bereit zum Ferben? Ich werde sterben. Geht du mit der blöden Attacke immer da? Geh. 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 Jetzt stirbst du, äh da. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt läuft's. Jetzt läuft das Spiel, jetzt läuft das Spiel. Ja, dein Zettzeugs. 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 Ja, das wäre halt so, aber... Ja, wahrscheinlich hat die Nuss, ne? Wie? Stufenaufstieg, geil. Sehr gut. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Ja, dein Zettzeugs. Marlaka. So, wie schaut's denn jetzt aus überhaupt, oder? Na? Hihi. Ist sehr gut. Was wollten die alle? Die wollten mich alle killen, ne? Wahrscheinlich. Diese Arschgeigen. Aber, nee, 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 ne? Geht's mir nicht. So. Teleportieren wir uns mal. Hierhin, schnellweise. Auf, auf und davon. Ach, ja, so ist das, ne? Bitte warten, rote Lein. So. Das war mal so schön, das war dann mal. 200 Meter ist da was. Okay. Hoi. 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 So, das Schiffchen ist nicht da, schade. Aber, jo. Jo, danke, ne? Hm, okay. Das haben wir gar nicht gemacht, oder? So, Banditen haben wir gar nicht zurück, ja, korrekt, nein, haben wir gar nicht. Da vorne ist die Party. Schade, dass nicht ein Menü das ausgeht, ne? So. Fähigkeiten. So, Sonderstufe 23. Superspeed. Ne, ohne das Speer haben wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich den herkriege. Boats, Leute, ne? Warte mal, was ist denn das? Lichtblitz. Blitz, blitz. Hm. Sparte Tritt brauchen wir nicht unbedingt noch. Warte mal. Wird kein Feuer bändigen. Rang 1. Rang 1. Flammernder Angriff. Rang 1. Warte mal. Ach so. So. Wichtigkeit zu müssen. So. Mhm. Okay. So. Hoppala. Warte mal. So. Ne, eben da. Mal da. Rang mal da. Reizack. Wenn man nicht umdinkt. Bogen. So. Helmi. Okay. 16er Rüstung. Klatschen wir rauf. So. So. Weit haben wir alles, oder? Selten noch. Hoppala. Ja. Besiegt. Besiegt. Haben wir nicht besiegt. Okay. Ah. Okay. Mhm. Also Quest Musik. Was haben wir da noch? Hier haben wir das. Genau. So. Ja geht's lang. So. Was haben wir da? Oh. Da haben wir so viel Zeug. Ei, 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 ei. Also. Ja. Ja, ich nehme dir alles an. Jetzt noch. Ja. 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 So, Schlacht haben wir gemacht, die Banditenlager-Quest haben wir Ding gemacht, und jetzt da vorne, ne, das müssen wir nochmal abgeben, die Quest, mal schauen, so, grüß euch, Nuckabatzl. Polizia, Polizia, ja, ja, ja. Schönen Siegern. Ui, ui. Was ist das? Hallo? Ah, Schlacht, Naren. Wie war es in Megares? Fake. Fake. Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Hm. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. What? Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? What? What the fuck? Warum musste ich Nikolaus töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und Stentor verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Ach, du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß, ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Die Wut, der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malacca! Du meinst, du kannst Schwierchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Feuer! 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 Na komm! Feuer! 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 Hm, war das eine Fehlentscheidung und noch was ist es nicht, ne? Ist durchzuhlgig! Was ist denn da? Hallo? Wer klopft doch? Was ist denn mit dir? Ja! Willkommen! Kapoom, wie da? Loco, loco! Loco, loco! Alter, ich komm doch nicht durch Du bist scheiße, Alter Das dauert nicht mehr lang Nein, ändert Wo ist das, Evan? Elpinor hat sich wie ein Feigling verdrückt Ich sollte mich in seinem Haus umsehen.